Mavs Teamcheck, wird Doncic an der gesamten NBA Rache nehmen oder fahren die Mavs die NBA-Saison genauso an die Wand wie letztes Jahr? Das gucken wir uns in diesem Video an. Wir haben eine Menge zu besprechen von Doncic über Kyrie. Die neue Roster-Zusammenstellung werden die Mavs nächstes Jahr wirklich besser sein oder genauso Trash wie letztes Jahr. All das in diesem Video, Leute. Wir haben eine Menge vor. Guckt mal, dieses Ranking letztes Jahr. Die Mavs waren am Platz 11. Platz 11. Das ist schlechter als OKC, die nur aus 19-Jährigen bestehen. Das ist schlechter als die Pelicans, die ohne Zion gespielt haben. Das ist schlechter als die Timberwolves. Das ist abartig. Die waren nur einen Sieg besser als die Jazz und die Jazz wollten eigentlich tanken in dieser Saison. Also das ist krass, was letztes Jahr bei den Mavs passiert ist. Da kommt natürlich dazu viel Coaching-Fehler. Da kommt dazu viele Verletzungen. Dieses Duo aus Doncic und Kyrie hat nicht wirklich viel zusammengespielt. Und wenn sie zusammengespielt haben, dann mussten sie sich ja auch erst mal finden und den neuen Rhythmus finden und so weiter. Deswegen, ey, wisst ihr was? Wir geben ihnen einen Pass für letztes Jahr. Auch Doncic kann nicht alles retten alleine, obwohl viele von euch das glauben möchten. Und ich weiß, es gibt so eine riesen Luca-Fanbase und ja auch irgendwo zurecht. Guck mal, er ist einer der krassesten jungen Spieler, die wir jemals in der NBA hatten. Der hat letztes Jahr 32, 8 und 8 aufgelegt und dabei fast 50 aus dem Feld geschossen. Das ist absurd. Das ist Prime-LeBron-Zahlen. Wir sind heute ein bisschen weiter in der NBA. Es werden insgesamt mehr Punkte gemacht und so weiter. Ihr wisst es. Aber trotzdem, 32, 8 und 8 ist nichts, was man eigentlich kritisieren könnte. Das Einzige, womit ich oft ein Problem habe, ist seine Usage-Rate und seine Wurfauswahl. Vor allem von der Dreier-Linie. Ich finde einfach, dass er oft schlechte Entscheidungen trifft, was seine Dreier angeht. Und die fallen auch jetzt in der letzten Saison halt nur bei 34%. Trotzdem haben wir hier ein kleines Battle zwischen ihm und KD. Denn wenn ihr das Video gesehen habt, als wir über die ESPN Top 100 Spieler gesprochen haben, hier auf dem Kanal, da kam das Thema Doncic auf und da war in dem Text irgendwie bei Doncic stand sowas wie Der beste Offensivspieler der NBA. Arguably the best offensive player in the game. Ich habe mich in dem Video dann an der Stelle sehr aufgeregt, weil ich gesagt habe, ey, don't fuck with my boy Kevin Durant. Kevin Durant macht nämlich 29 Punkte im Schnitt bei 56 aus dem Feld, 40 von der Dreier-Linie, 92 von der Freiburg-Linie. Also effizient sein Vater, dazu fast die gleiche Punkteanzahl wie Doncic, kann von jeder Position wirklich super hochprozentig scoren. Das ist der beste Offensivspieler der NBA. Aber dann haben mich ein paar von euch darauf hingewiesen, ja, aber guck mal, Offensivspieler bedeutet doch nicht unbedingt nur Scorer, sondern bedeutet doch auch, was noch zur Offensive dazu gehört, nämlich Passing. Also Spielaufbauqualitäten, Spielführungsqualitäten und eben halt vor allem die Assists. Und da muss ich sagen, smoked Doncic unseren guten KD, denn er ist bei 8 Assists und KD ist irgendwie bei 5 Assists. Und seien wir mal ehrlich, wenn es eine Kritik gibt an KD, die wirklich auch berechtigt ist, dann ist es, er macht seine Mitspieler nicht wirklich besser. KD ist halt wie so ein Söldner eigentlich in der NBA, der von Team zu Team geht und da einfach immer unglaubliche Leistungen bringt. Aber er ist eigentlich niemand, der jetzt seine Mitspieler groß besser macht, außer halt durch das Spacing, was er generiert, weil sich die Defense einfach so krass auf ihn bezieht. Ja, aber er ist jetzt nicht unbedingt ein Playmaker, wie es Doncic eben ist. Deswegen, nachdem mich einige von euch darauf hingewiesen haben, wollte ich das einmal richtigstellen. So, ja, kann ich euch geben. Doncic ist insgesamt als Gesamtpaket Offensivspieler, wenn man die Assists mit dazu rechnet, wahrscheinlich der bessere Offensivspieler, als es ein KD ist. Ich persönlich feiere KD einfach trotzdem für diese kranke Effizienz, also 50-40-90 mit 2,10 Meter. Das ist abartig. Also ich weiß, Doncic ist schon Freak of Nature mit seinen zwei Metern und dass er eigentlich viel zu langsam ist für die NBA. Jeder weiß, was er macht, so ein bisschen Larry Bird-mäßig, aber du kannst es trotzdem nicht aufhalten. Aber ich fand die Diskussion interessant. Ich dachte mir, wir können das Thema nochmal aufgreifen. Wie gesagt, ich habe Doncic so ein bisschen eigentlich vor allem für zwei Punkte immer zuletzt kritisiert. Und das ist seine Wurfauswahl und seine Usage Rate, weil ich einfach finde, dass beides, also die Wurfauswahl ist meiner Meinung nach zu schlecht und die Usage Rate ist einfach ein bisschen zu hoch, wenn du wirklich ganz, ganz oben gewinnen willst. Ja, das reicht total, um dein Team in die Play-ins oder Play-offs zu führen, in der ersten Runde gut auszusehen. Aber du wirst damit wahrscheinlich nicht in die Conference Finals kommen oder weiter. Deswegen habe ich das hier nochmal aufgerufen. Hier haben wir die Usage Rate. Passenderweise hat Janis die höchste Usage Rate. Die wird natürlich deutlich zurückgehen. Und die zweithöchste in der vergangenen Saison hatte Doncic. Und auch seine wird wahrscheinlich jetzt deutlich zurückgehen, weil die Dallas Mavericks eben ein verbessertes Roster haben. Und das brauchen sie auch, weil sie waren nicht wegen Doncic Platz 11. Ja, wir lassen das Doncic-Thema jetzt, weil es ist nicht nur seine Schuld. Und das muss auch ich begreifen in diesen Videos. Oder wenn wir im Pott darüber reden, man schießt sich zu schnell dann nur auf ihn ein, weil er halt einfach so eine Riesenpersönlichkeit ist, so viel den Ball in der Hand hat. Und dann sagt man die ganze Zeit so, ja, das ist Doncic Schuld. Es ist nicht immer alles seine Schuld, sondern das liegt auch viel daran, was die einfach insgesamt für einen Roster hatten. Und das Roster war Trash, weil es einfach zu verletzungsanfällig war und weil sie unterm Korb gar nichts hatten. Und das sehen wir hier in den Zahlen. Das ist einfach, das ist so ugly. Ich konnte mir das vorhin gar nicht erst angucken. Also guck mal, die sind bei den Rebounds Platz 30, die sind bei den Assist Platz 28, bei Steals 29, bei Blocks 28. Das ist einfach das wackste Team der Liga in vielen Kategorien. Und wenn wir uns das Ganze so angucken, dann sehen wir hier, dass die Mavs letztes Jahr 38 Siege nur eingefahren haben von 82 Spielen, was Trash ist. Dann waren sie das zweitlangsamste Team. Sie hatten die 24 schlechteste Offense, also oder halt die 6-7 schlechteste Offense. Sorry, Defense. Die 24 schlechteste Defense der NBA, was dann nur zu einem Net Rating geführt hat, was sie auf Platz 19 gebracht hat. Also das war Trash. Das war einfach Trash. Aber nochmal, man kann da jetzt nicht eigentlich hingehen und sagen, sie haben einfach nicht zu ihren Möglichkeiten gespielt, sondern sie hatten auch Verletzungsprobleme. Sie haben Kyrie dann in der Mitte der Saison bekommen. Das hat alles mit dazu gespielt, okay? Aber jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie dieses Roster heute aussieht. Weil es sieht ehrlich gesagt ziemlich nice aus. Also pass auf. Wir haben Doncic natürlich dabei, wir haben Kyrie dabei. Zu Kyrie einmal kurz. Kyrie ist nach wie vor einer der... Boah, wie beschreibe ich das? Sowieso auch einer der effizientesten Spieler der NBA. Also er ist ähnlich wie KD mit den Quoten unterwegs. Die Quoten sind abartig, wenn man sich das anguckt von Kyrie. Er ist eine unglaublich krasse zweite oder dritte Option in der Mannschaft. Ähnlich wie bei Siakam zum Beispiel gestern, über den wir geredet haben. Kyrie ist kein Spieler, der dich als erste Option irgendwo hinführt. Und das haben wir auch eigentlich nie wirklich gesehen, außer bei den Celtics. Und da ist es komplett gegen die Wand gefahren. Deswegen, es ist schon gut, dass er hinter Doncic nur die zweite Option ist. Das ist mal der erste Punkt. Aber der Typ ist einfach so ein begnadeter Ballhändler, so ein begnadeter Shooter und Scorer. Und er ist wirklich in der Lage, einfach sehr, sehr gut seine Spots zu picken, neben dem eigentlichen Superstar. Deswegen mag ich dieses Pairing von Doncic und Kyrie. Also hier Doncic und Kyrie. Mag ich eigentlich sehr gerne. Das Einzige, was da halt wirklich problematisch ist, ist die Defense im Backcourt. Weil du dann halt, ich will jetzt nicht Drehtüren sagen, aber du hast schon zwei eher unterdurchschnittliche Verteidiger. Bei Doncic liegt es daran, dass er so viel den Ball in der Offensive hat, dass er hinten einfach gassed ist und da nicht wirklich seine Anstrengung reinlegt. Ich glaube, Kyrie kann ein besserer Verteidiger sein, als wir die letzten Jahre vielleicht von ihm gesehen haben. Da waren immer mal Momente, wo du wirklich gute Kyrie-Defense-Possession hattest. Also vielleicht lehnt er sich ein bisschen da rein. Vielleicht bugge ich da jetzt aber auch gerade, weil Kyrie ist auch mittlerweile über 30, ist ein etwas kleinerer Guard in der NBA. Ich weiß nicht, ob wir jetzt plötzlich seine krasse Defense sehen werden. Aber der hört es ja nicht auf bei den beiden. Ich wollte es nur einmal angesprochen haben, dass die beiden zusammen im Tandem, vor allem offensiv, die NBA vor Riesenprobleme stellen wird. Wir haben dann Tim Hardaway Jr., Grant Williams neu dazu, Rashawn Holmes neu dazu, Maxi Kleber, der von einer Verletzung zurückkommt, Derek Lively. Okay, das sind, warte mal, waren das jetzt? Ja, das waren fünf Spieler, die ich aufgezählt habe. Wir nehmen mal kurz die letzten vier Spieler her, okay? Die letzten vier Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, waren einmal Maxi Kleber, der leider so ein bisschen der Verlierer dieses Sommers ist. Also ich glaube, sein Sommer hätte kaum beschissener laufen können. Wenn man sich die WM anguckt, alles, was davor passiert ist, dann wird Deutschland auch noch Weltmeister ohne ihn. Das ist ziemlich bitter und ja, wirklich schade eigentlich, weil ich bin mir sicher, der hatte auch Träume, mit dem Nationalteam irgendwann mal international eben bei Turnieren was zu reißen. Wird jetzt höchstwahrscheinlich niemals passieren, sehr, sehr schade. Nichtsdestotrotz, Maxi hat letzte Saison nur 37 Spiele gemacht. Der hat extrem viel Zeit verpasst mit den Verletzungen, ist aber so ein wichtiger Teil von dieser Mannschaft. Und dass er jetzt gesund zurückkommen wird, ist mal der erste Schritt, dass man im Frontcourt, also unter dem Korb, wieder deutlich mehr Defense hat, mehr Rebounding hat. Weil das sind ja alles Statistiken, haben wir ja gerade geguckt, wo man total reingeschissen hat letztes Jahr. So, da hört es aber lange noch nicht auf. Maxi ist schon 2,8 Meter, ist ein guter Power-Forward-Verteidiger auch, aber der hört es lange noch nicht auf. Die Mavs haben sich Rishon Holmes geholt. Rishon Holmes sehen wir hier, hat früher bei Sacktown gespielt. Und jetzt gucken wir uns seine Stats an und dann sehen wir, ah geil, letzte Saison 42 Spiele gemacht, 3,1 Punkte geäveraged, cool. Ein Trash-Center also. Aber nein, das Ganze täuscht Leute. Der Mann hat einfach unglaublich darunter gelitten, dass Sacramento sich Sabonis geholt hat. Dadurch ist seine ganze Rotation, seine ganzen Minuten sind dadurch einfach flöten gegangen und er konnte nicht mehr dort spielen oder hat nicht mehr in die Rotation gepasst. Wenn wir uns angucken, was er vor dem Sabonis-Trade gemacht hat, waren das einfach mal 14 beziehungsweise 10 Punkte. Hier war dann Sabonis aber auch schon ein paar Monate da. Deswegen glaube ich, ist er da dann schon aus der Rotation rausgefallen. Lass mal gucken. Ja, also ich glaube, dass irgendwo hier im Halbjahr Sabonis kam. Oder hier gegen Ende der Saison, ich weiß es nicht mehr genau. Und auf jeden Fall, da haben wir dann schon gesehen, so okay, er bekommt viel weniger Minuten. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Mann wird, glaube ich, ziemlich gut aussehen auf der Big-Man-Position. Also der hat auch vom Rebounding her in seinen Prime-Zeiten hier irgendwie 8 Rebounds, 8 Rebounds, 7 Rebounds. Ich glaube, das könnte ein ziemlich krasser Stil werden für die Mavs. Dann geht es wieder weiter. Sie haben immer noch nicht aufgehört. Sie haben dieses Frontcourt-Thema wirklich addressed. Sie haben das wirklich angegangen. Guck mal, sie haben noch Derek Lively gedraftet. Und auch bei ihm denkt man jetzt vielleicht, okay, 5 Punkte, 5 Rebounds, was sollen wir mit dem? Also erstmal, seine Feldwurfquote sehr, sehr stark, 66% aus dem Feld. Aber was abartig ist und wo ich mich vorhin fast ein bisschen erschrocken habe, sind seine Maße. Der Typ ist einfach 2,16 Meter groß. Ja, 7'1 ist 2,16 Meter. Jetzt checkt seine Spannweite. 7'7. Wisst ihr, wie groß 7'7 ist? Sean Bradley und Yao Ming waren 7'7. Das ist einfach 2,31 Meter. Das ist crazy. Der Typ ist 2,16 Meter, 2,31 Meter Wingspan. Das ist fast so groß wie meine Wingspan. Und wenn ich in der NBA wäre, ihr wisst, ich wäre einer der besten Rim-Protector der NBA. Da kam kurz Bobby raus. Aber er wird auf jeden Fall, je nachdem, wie viel Spielzeit er es schafft zu bekommen, er wird safe ein sehr, sehr guter Rim-Protector sein für die Mavs. Und dann sind eben diese ganzen Statistiken, wo habe ich das jetzt, was ich euch vorhin gezeigt habe. Hier das alles Rebounding, Blocks. Ja, das sind eigentlich die zwei Großen, über die wir gerade reden. Rebounding und Blocks. Da waren sie Platz 28 und Platz 30 in der NBA. Das wird vorbei sein mit diesen ganzen Signings. Und dann geht es immer noch weiter, weil man hat sich ja auch noch hier Buff... Wie sagen die Celtics-Fans immer? Ich glaube, die sagen immer The Buffalo zu Grant Williams. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall, Grant Williams hat man sich noch geholt. Ein Spieler, von dem ich sehr, sehr großer Fan bin, als Roleplayer natürlich. Jetzt nicht als, ey, der führt deine Franchise zum Titel. Aber es ist schon auffällig, dass er bei den Celtics so lange war. Es hat so ein bisschen... Von der Spielzeit her war es ein bisschen inkonstant, würde ich sagen. Je nach Matchup hat er mal mehr Minuten bekommen, mal weniger. Aber was du halt immer von ihm bekommst, du bekommst immer Hustleplay und du bekommst unendlich Defense. Und das ist halt auch super wichtig. Also man kann sagen, was man will über diese Mavs, ja. Aber die haben sich... Klar, Maxi kommt jetzt zurück von Verletzungen. Dann Rashawn Holmes, dann Lively, dann Grant Williams. Und dann hast du immer noch einen Dwight Powell, der letztes Jahr ja die meiste Zeit auf Big war. Mit Christian Wood, aber Christian Wood ist weg. Das ist ein solider Frontcourt. Wirklich, das ist ein solider, guter Frontcourt. Der mir echt viel, viel besser gefällt als letztes Jahr. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Mavs es schaffen, innerhalb von einem Sommer sich so viele Spieler zu besorgen, die auf der Position oder auf den beiden Positionen so für sie ins Gewicht fallen werden. Vielleicht bin ich da gerade sehr optimistisch, aber ich glaube wirklich, dass das für sie funktionieren wird. So, ihr merkt schon, das ist ein ziemlich positives Video über die Mavs. Ich fand es witzig. Ich habe einen Kommentar gesehen, weil ich gesagt hatte, vor zwei Videos hatte ich gesagt, so jetzt kommen nur noch Contender. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die Raptors und die Mavs einfach vergessen. Ich wusste nicht mehr, dass wir die noch haben. Ich dachte, wir haben jetzt nur noch irgendwie die Warriors und die Lakers und so. Und dann habe ich einen Kommentar gesehen, wo jemand irgendwie geschrieben hat, so ja, ist halt typisch deutsche Brille oder sowas. Natürlich sieht er die Mavs als Contender, aber jeder weiß, die sind kein Contender oder sowas. Ich bin bei euch. Ich sage nicht, dass die Mavs lockt sind für die Finals. Ja, da habe ich Denver deutlich weiter vorne. Da habe ich vielleicht die Lakers weiter vorne. Da habe ich die Warriors weiter vorne. Darum geht es. Ne, die Warriors habe ich ehrlich gesagt nicht weiter vorne, aber das könnt ihr im Power Ranking im Podcast nachhören. Oder ihr wartet auf das Warriors Video hier. Aber ich will sagen, dass die Mavs deutlich besser sind als letzte Saison und dass mir ihre Off-Season-Movs eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Denn es geht immer noch weiter. Wir haben nämlich auch noch, über wen wollte ich gerade reden? Genau, sie haben auch noch Seth Curry sich geholt. Überragender Shooter natürlich. Müssen wir sehen, wie viel er noch im Tank hat, ehrlich gesagt. Weil zuletzt, glaube ich, bei Brooklyn, wenn ich es richtig im Kopf habe, da war er nicht mehr ein Großteil der Rotation. Aber für 4 Millionen Dollar würde ich selbst irgendwie hier, würde ich Seth Curry auch in der BBL signen. Also für 4 Millionen Dollar, das kannst du schon machen. So, dann hast du immer noch Josh Green. Du hast immer noch einen Jaden Hardy. Natürlich, man hat einen Jaden in der Mannschaft. Anders darfst du gar nicht mehr spielen. Und Josh Green ist auch schon sehr nah an Jaden und Jalen Green. Um es kurz zu machen, dieses Mavs-Roster ist viel stärker als letztes Jahr. Du hast Superstar-Talent, du hast Defense, du hast Größe, du hast Shooting oder verbessertes Shooting. Je nachdem, wie Curry auch einschlagen wird. Du hast junges Talent von der Bank. Jetzt liegt es eigentlich nur am Coach. Und das ist halt für die meisten Mavs-Fans, glaube ich, so ein bisschen das rote Tuch. Weil Jason Kidd ist halt ein kontroverser Coach. Was soll ich euch sagen? Also, ihr wisst es aber auch von mir. Ich bin jetzt niemand, der extrem die X's and O's irgendwie von der Saison downbrake und sich dann genau anguckt. Okay, da hat der Coach aber scheiße gebaut und hier ist die Rotation falsch. Ehrlich gesagt, so tief beschäftige ich mich mit Coaching persönlich nicht so oft. Aber selbst mir ist manchmal aufgefallen, so ey, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist gerade scheiße, was die Mavs da spielen. Und das könnte man verändern, wenn man einfach im Coaching ein bisschen schrauben würde. Das ist selbst mir bei manchen Spielen aufgefallen. Ich bin mal gespannt, ob Kidd für die nächste Saison was daraus gelernt hat. Ob er seinen Gameplan ein bisschen umstellt. Das Personal hat er. Das Personal hat er, meiner Meinung nach, um eines der besten sechs Teams in der NBA zu sein. Als wir im Podcast jetzt den besten gerankt haben, wir haben jetzt endlich dieses Mittelfeld hier zehn bis sechs gerankt. Da habe ich die Mavs an die sechs gepackt und ich bin relativ confident mit diesem Pick. Aber es hängt so krass davon ab, wie diese Spieler jetzt natürlich dann auch eingesetzt werden, wie die Rotationen sind, dass man jetzt auch nicht in die Zukunft blicken kann und sagen kann, die sind safe im Top 16. Weil, wenn du dir diese Western Conference anguckst, ich habe es gestern schon gesagt im Video, glaube ich, eins bis elf ist die Hölle. Eins bis elf, wie willst du das jemals ranken? Das ist fast unmöglich, dieses Ding zu ranken, weil es einfach so viele gute Teams gibt. Jetzt sind wir kurz in die Eastern Conference abgerutscht. Da ist es nicht ganz so schlimm. Da ist das Feld nicht ganz so stark. Aber der Westen ist halt abartig. Ja, Mann. Ey. Ich glaube, damit sind wir so ziemlich durch mit dieser kleinen Mavs-Preview. Also ich bin wahnsinnig optimistisch. Ich glaube wirklich, dass Luka sicherlich auch mit einer Menge Wut im Bauch in die neue Saison kommen wird. Ich bin mir sicher, dass Kyrie in irgendeiner Weise vielleicht was beweisen möchte. Und wenn es nur ist, dass er auch mal eine Saison skandalfrei irgendwie durch das Jahr kommt. Das wäre ja schon mal was. Und ey, sie haben alles, was sie brauchen. Das Einzige, was sie jetzt brauchen, sind Siege. Und ja, natürlich müssen sie auch gesund bleiben. Maxi muss auf jeden Fall gesund bleiben. Und dann, glaube ich, kann das hier wirklich ein Top-6, Top-5-Team der NBA sein. Kann theoretisch auch auf Platz 9 am Ende enden, weil der Westen einfach so tight ist, weil es da oft nur um zwei Siege geht. Für die Playoffs, finde ich, sind sie auch sehr, sehr gut aufgestellt. Also ich finde jetzt auch nicht, dass das nur ein Regular-Season-Roster ist. Und in den Playoffs mache ich mir dann Sorge, oh shit, können sie das halten? Ich glaube auch, dass sie in den Playoffs ziemlich eklig sein können. Vorausgesetzt natürlich diesen Frontcourt, den ich jetzt hier sehr, sehr viel gelobt habe. Mit Maxi, mit Holmes, mit freaking Derek Lively und mit Grant Williams. Vorausgesetzt natürlich, dieser Frontcourt schlägt auch so ein, wie ich das gerade beschrieben habe. Aber ich bin eigentlich relativ guter Dinge. Die Erfahrung ist da, die Größe ist da, die Defense-Fähigkeiten sind da. Ich wüsste nicht, warum das jetzt sacken sollte. Also ich bin echt viel positiver, als ich gedacht hätte, was diese Mavs angeht. Und für mich geht es eigentlich nur darum, wie werden sie jetzt gecoacht. Wenn ihr irgendwelche Lücken im Team noch seht, wenn ihr sagt so, ja, alles schön und gut, aber du hast die Position total gerade vernachlässigt. Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst gerne eine kleine Diskussion haben. Und dann sehen wir uns wieder morgen zum nächsten Video. Und dann sind wir jetzt, glaube ich, wirklich nur noch bei den Contendern. Ich vergesse vielleicht wieder irgendein Team, aber ich glaube ehrlich gesagt, wir sind mittlerweile schon sehr, sehr weit. In der Eastern Conference weiß ich gar nicht, ob wir noch ein Team haben. Weil wir haben die Bucks, wir haben die Celtics als erstes Team gemacht. Die Bucks haben wir gemacht, als der Dame Trade war. Da habe ich zwar gesagt, vielleicht kommt noch ein Video dazu, aber theoretisch haben wir die Bucks schon gecovert. Die einzige Neuerung ist jetzt Campaign. Mal gucken, ob ich dazu noch ein Video mache. Eigentlich ist alles gesagt über die Bucks. Und dann, glaube ich, echt haben wir den ganzen Rosten schon. Und in der Western Conference fehlen uns eigentlich nur die Warriors. Wo sind die Lakers? Die Lakers und die Nuggets. Sind wir, ah, geil. Wir sind in der Saison verrutscht. So, hier. Also da fehlen uns eigentlich nur die Nuggets, die Lakers und die Warriors. Ja, Mann. Hey, Leute. So viel auf jeden Fall jetzt zu mir. So viel auf jeden Fall jetzt zu mir. So viel auf jeden Fall jetzt von mir. Vielen, vielen Dank für den Support von diesem Projekt hier. 30 Teams in 30 Tagen. Wir ziehen weiterhin durch. Wir sind fast fertig. Und am 24. Oktober startet die NBA-Saison. Das wird sick. Das wird eine geile Saison. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Hier wird es viele Videos geben. Auf dem Hauptkanal wird es viele Videos geben. Ich bin jetzt raus. Danke euch fürs Zuschauen. Und rein. Peace.